Moin Moin und Willkommen zuerst bei Batman Arkham Knights Wir haben beim letzten Mal dafür gesagt, dass wir mit dem Batmobile nach vorne was einen dürfen Und wir wollen jetzt Firefly festnehmen Ich glaub das waren nur drei Missionen Ähm, ich wollte eigentlich erst schon hinfahren, wenn ich unterwegs mit der eigenen Mission finde Lass ich die Fahrt da drin, mit dem Batmobile geht es halt schnell Können wir ein bisschen auf Dugel laufen eigentlich Was haben wir denn hier noch einen Nachbrenner drin? Oh, ein Checkpoint Bumm Ah, ich geh weg Schau drauf Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen Ich muss sie wieder in Gang setzen, um die Brands zu bekämpfen Da war ein Milchzwagen, na egal, um den komme ich nicht jetzt noch Die Brands sind außer Kontrolle geraten, wenn ich die Feuerlöschanlage nicht aktivieren kann Ich arbeite doch dran Uiuiuiui Auf geht's Auf ein drittes Mal Jep, das mit dem Brennen macht er sogar ganz gut Ich lasse deine Haut knistern und brennen Da könntest du schlechtere Wortspiele bringen Bekämpfe dieses Feuer Ich meine mich zu erinnern, dass er mir Hier auf Vornas Island sogar schon mal entkommen ist Da muss man die Mission halt nochmal von vorne anfangen, logisch Dann ist halt Die Firefly Missionen sind recht schwer, wenn man halt zu doof ist mit dem Batmobile richtig umzugehen Feuer ist rein, Schmerz reinigt Feuer ist rein, Schmerz reinigt, ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz Also egal, es tut weh, wenn du dich anzündest, aber Schmerz könntest du dir anders zufügen Und ich glaube nicht, dass du jetzt behaupten würdest, dass eine Messerwunde ungenügend wird Nein, das war schlecht Das war schlecht Jetzt müssen wir nur noch einen holen Jetzt müssen wir nur noch einen holen Schmeiß ich mir gleich Doch, gleich Oh nein, Scheiße Wieso kann ich den eigentlich nicht abknallen? Gute Frage Gut, dass ich mich noch erinnert habe, wie ich den ausschalte Ich muss mich noch erinnert haben, bevor ich mich unten die ganze Zeit nur der Rückwärtsgang anzeige Was bin ich mit einem Rückwärtsgang? Was bin ich mit einem Rückwärtsgang? Kaufen! Aus! Brennen! Brennen! Hoch mit dir, Linz! Hoch mit dir, Linz! Ich steig doch mehr verraten! Wir haben alle! Den wollte ich schon eine ganze Weile in meiner Sammlung aufnehmen Mach weiter so da draußen, Batman Sehr schön Das wäre dann glaube ich die erste Zeit, die wir abgeschlossen haben, ne? Also komplett Ah, starke Verbrennungen Schartige, ledrige Haut Der hübsche, wachsartige Schein Müsste ich wählen Verbrennungen wären mein liebstes Narbengewebe Naja, Verbrennungen und seelische Narben Nicht wahr, Brucey? Ja, aber Brennnamen sind vielleicht nicht so nördlich angenehm wie du dir denken kannst, also Ne? So, was machen wir jetzt? Ich denke, wir gehen mal zu Harvey Der Moment der Bank of Gotham mit Drescher wurde ausgelöst Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir Drescher ist Faunus Island Da hab ich ja noch ein paar Bomben gesehen Da sind wir gerade dran vorbeigefahren Aber wenn man es genau nimmt, ist es sowieso die ganze Karte da voll mit Markierungen von mir, weil ich schon Missionen gefunden habe Und das ist eigentlich eine ziemlich komische Methode, finde ich Batman soll sterben Aber wir dürfen ihn nicht verfolgen, um sicherzustellen, dass er stirbt Irgendwas in dieser Taktik erscheint mit dumm Der Lagerneid Ah, das Problem wird ja schon markiert Offenbar schon Dann versuchen wir uns mal hier an der Bank Oh, der Ort kommt mir bekannt vor Na gut, Jungs, los, los! Selbst wenn Harvey ist ein... Der Reich, AP, seine beiden Anteile! Meine Angriffe werden vom Alarm überdeckt Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei Das war jetzt ein bisschen knapp Ich kann vor allem nicht anders, also zum einen bin ich gerade zu doof hier wirklich zu arbeiten Zum anderen gehe ich immer heimlich vor So, dann mal da auch Und die hören das eben doch, das ist ja der Witz daran, die hören das doch Ja, das kriegt keiner mit, wenn du sie brutal ausschaltest Ja, jetzt ab Nichts Nichts Ist das Ich hab's meiner herregelung geschäftigt Diese Zahl, hahaha, das schicklade bis drauf heute Kopf, das Schicksal zeigt also etwas Gnade Ach, verdammt Die Wünfe hat immer weg. Noch einer weg. Der da unten deckt jetzt die ganzen Leichen, der auch schön. Los weg, Herr Frenz! Ich knall dich an! Wenn das Schicksal ein Massaker will, wie sollte ich das ablehnen? Gentlemen, die Bonusrunde! Wollt ihr Top-Excel-Lohn für die Nacht? Ganz einfach! Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Ja. Wunderbar. Aber bis hierhin lief's echt gut. Was die mich hier nicht sehen ist, ist echt ein Wunder. Aber hier kann ich nicht Angst, Multihosschalten super einsetzen. Och nö, es war nie wieder um die Ecke, dass es nicht funktioniert hat. Mist. Das glaub ich ja nicht. Er reißt uns in Stücke. Wie zum Teufel sollen wir ihn erwischen? Das versuche ich noch rauszufinden. Ach Mist, hier ist ja gar kein... Hier ist kein Geht und das hier vorne haben sie kaputt gemacht. Mist. Ähm... Nochmals jetzt am besten. Am besten gehen wir erstmal wieder zum Aussichtspunkt. So, dann kann ich mit denen da unten. Kriegt da keiner mit. Was soll das? Jetzt weißt du, wie wir sind. Ich hab genug von diesem Spielchen. Wie das ist, ist das zu spät. Nein. Nichts. Nichts. Naja, ich dachte es wäre der letzte gewesen. Batman, ich wusste, dass du das nicht zulässt. Erinnerst du dich daran, als ich noch Prinzipien hatte? Als ich Gordon sagte, wir sollten dich verhaften und nicht mit selbsternannten Rächern arbeiten? Du hattest mir versprochen, dass es innerhalb eines Jahres kein Verbrechen mehr in Gotham gibt. War ich jemals Teil des Plans? Oder war ich nur eine Ablenkung? Der Föne an, weil die Jungen, die die Mafia hatten, konnten, während du die erledigt hast. Letzte Chance. Geh mir aus dem Weg, oder ich erledige dich persönlich. Cash, die Bank in Drescher ist sicher. Schicken Sie einen Wagen für Dance Manor. Bin dran. So. Kriege ich auch schon die letzte Markierung? Ja. Dann mache ich das jetzt auch, dann bringe ich das zu Ende. Vorhin muss ich auch mal schnell eine Kleinigkeit nachgucken. Ich habe doch wahrscheinlich wieder, ja, ein paar Punkte kassiert. Ich könnte den Drogen scheinen dann nicht mal erhöhen. Oder das ist doppelte Ausweichen. Sollte ich mir vielleicht auch mal holen. Gibt es hier noch was, was letztlich wäre? Ja, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Was war das hier? Badmobil-Unterstützung. Den Rest hier brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Oder was war das? Okay. Das wäre auch interessant, aber... Was war denn hier noch? Ach so, ja. Oh, das könnte ich ja nicht mal holen. Das wäre nämlich vielleicht mal gar nicht so schlecht. Nee. Ich warte jetzt nur erst, ob ich mir das bessere Ausweichen holen kann. Und danach komme ich bis dann vielleicht noch eine. Das dürfte der Scarecrow gewesen sein. Oh, da gibt es hier rein. Letzte Bank. Glaube ich. Vermute ich. Das ist sie, die größte Bank Gothams. Heute Nacht holen wir uns einen Rekord, Jungs. Ein Rekord, warum ist gleich zwei für den Boss? Ja, das sind eine Menge Leute. Zwei Autos. Ja gut, ich meine, der Vorteil ist, zu den Autos gehen sie auf jeden Fall immer hin. Das ist auch nicht für mich richtig praktisch. Nummer eins ist weg. Fünfzehn Gegner muss ich platt machen. Eieiei. Ähm. Du bist auch weg. Ich glaube, hier sollte ich nicht mehr von unten arbeiten als von oben. Noch einmal am Boden, der darf uns nicht stoppen. Können wir nicht mehr, wenn wir, wenn, 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 wenn... So. Vorbei warte. Hier ist noch ein Mannerboden. Wenn du anpumst. Er ist noch hier. Ich kann dich ausschalten. Wir wollten dich verschonen. Aber die Münze hat anders entschieden. Wir haben nicht vergessen, was geschehen ist, Batman. Du hast uns reingezogen damals vor vielen Jahren. Jack, er ist unter uns. Er nutzt einen Mondkinder. Das haltet ihn auf! Jagd ihn hoch! Er ist nur ein Mensch, Freddy! So. Er nutzt die Bodengitter! Was haben wir noch vor uns? Könntest du ein bisschen näher kommen? Nein? Wie machst du das, Batman? Den Helden spielen, während andere enden wie ich! Jetzt verschwäck ich hier mit der Fehlermaus. Hier ist noch ein Mann am Boden! Du bist Platz. Ja, komm. Komm hier hin. Und erwischt. Das läuft gerade nicht schlecht. Also hier unten sind, glaube ich, jetzt alle weg. Da oben räumen sie natürlich gerade schön alles aus, aber... Das war dumm. Angstmultierscheiden sei Dank. Das ist machbar. Wow. Noch ein Mann am Boden! Er darf uns nicht erst runter! Und vorletzter. Was? Wo kommt jetzt die anderen noch her? Egal. Mach das kurz so. 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 Hast du immer noch gestört? Wieso? Verflucht meine Ohren! Es hat aufgehört. Eingriff. Achso, der hat auch noch eins. Ah, jetzt habe ich über Detektiv-Modus verflückt. Sehr schön. Ähm. Verdammt. Du, es passt mir nicht! Wo ist das? Nur falls es ist, wo man da runterkommt. Das wird ihn aufscheuchen. Thermobar aus Sprengsatz! Los! Sunny. Ein, zwei, eins! Brenn es erst mehr! Du musst aufwachen! Scheiße! Es ist in seiner Hand! Es wird hier! So. Ich glaube, damit werden alle über die Gefahren hier ausgeschaltet. Signal ist zurück! Ist das der Tufels? Ja. Was? Wieso holtest du meine Position? Ich dachte, das Ding hätte ich blockiert. Wenn Sie frei werden! Verdammt! Mann am Boden! Ich sehe nach! Arme Saul! Verstehe ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm. So. Wie mache ich das jetzt? Ich meine, ich könnte Tufels jetzt einfach anspringen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Ach, guck mal! Das ist neu! Das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Mit diesen Anzügen, die ja so komisch leuchten, können wir die Leute mit dem Detektivnus nicht speziell sehen. Wir heilen uns und nehmen Rache! Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die Leute hier angreifen soll. Töten dich für das, was du uns angetan hast! Tufels, äh... Ich könnte was versuchen... Ah, ne, verdammt meine Angst, das ist gar nicht aufgeladen. Mist, das läuft gerade einfach nicht so wirklich, wie ich das will. Ich könnte versuchen, mir die beiden zu krallen. Aber das Prinzip will ich Tufels eigentlich als letzten haben. Hab ich noch? Ne. Verdammt, Unterbrücher ist auch leer. So, den habe ich, dann kann ich den Rest jetzt vielleicht mit einem Angst-Ausschalten plattmachen. Okay. Vielleicht... Je nachdem, wie sie stehen. Ich glaube, ihr zwei habt euch da festgebackt. Festgebacken. Ähm... Moment, da fehlt doch einer. Ach, da unten ist er. Da sind zwei... Den übersieht man so leicht. Halt los. Ich meine, dafür sind sie da. Man sollte ja nicht sehen. Und dich habe ich auch. So, drei Stück sind nur über. Einen davon kann ich nicht sehen. Wo ist der? Das Wichtigste ist gerade der letzte, den ich nicht sehen kann. Ich glaube, ich habe echt Tufels verpackt. Naja, ich beschwere mich nicht. Ah, da ist er. Und alle erwischt. Ach, den muss ich jetzt auch noch selbst abliefern? Na gut, das muss ich denn durch heute noch. Oh, scheiße! This is Batman! They are yours! Schön! Beruhige dich, Dent. Nenn dich nicht so! Das glaube ich nicht. Das war nicht meine Schuld. Du hast es, Dent. Giftwerf mit Basta eingelocht an! Du sagtest, wir retten, Goffin! Hm, dann haben wir heute Firefly und Two Ways geschnappt. Oh, läuft doch gut. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest dich nie unterschätzen. Du solltest dich nie unterschätzen! Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Boss! Ja, er hat mehr drauf als du! Spar dir deinen Atem, wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Wohl immer noch im Dienste der Gerechtigkeit, was, Batman? Unmöglich! Denkst du auf die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen! Wie geht's denn so hart? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt? Nez! Sehr schön! Dann können wir uns beim nächsten Mal vielleicht, äh... Du warst krank! Lass mich! Vielleicht machen wir mal mit dem Pinguin weiter, von dem war auch noch eine Mission. Aber erstmal, ich habe ja schon wieder Punkte bekommen. Das ist das schon, jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir ständig massig Punkte nachgeworfen kriegen. Wollte ich auch sehen, hier war was Neues. Achja, Tufest, den habt ihr da vorne noch nicht. Stimmt. Der gute Dent. So. Und beim nächsten Mal dann, ja, ich denke ich mal einfach mit dem Pinguin weiter. Bis dahin! Ciao!